Im Alter von 54 Jahren hat Diddy das schlimmste Jahr seines Lebens durchgemacht. Er sah sich unzähligen Vorwürfen gegenüber und verbrachte Zeit im Gefängnis, während er auf seinen Prozess wartete. In letzter Zeit ist Janet Jackson, nach Diddys Festnahme, in seinen Fall verwickelt worden und hat sich dazu geäußert. Schau dir dieses Video an, um mehr über Janets Verbindung zu Diddy zu erfahren. Bevor wir jedoch darauf eingehen, werfen wir einen genaueren Blick auf die Vorwürfe gegen Diddy, mit denen Janet nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Was sind die Vorwürfe gegen Puff Daddy? Er besitzt eine 61 Millionen Dollar teure Villa in Beverly Hills, in der er 2022 eine opulente Party zu seinem 53. Geburtstag feierte. Diese starbesetzte Veranstaltung hatte prominente Gäste wie Jay-Z, Chris Brown, Machine Gun Kelly und Mary J. Blige. Außerdem fiel die Feier mit seinem 30-jährigen Jubiläum als Musiker und Produzent zusammen, der mit Größen der Branche wie Notorious B.I.G., Mariah Carey und Jennifer Lopez zusammengearbeitet hatte. In den letzten 30 Jahren war Sean Colmes eine Macht in der Musikszene und genoss großen Respekt. Sogar Eminem äußerte in seinem Diss-Track gegen Machine Gun Kelly, Killshot, dass er Diddy respektiert und liebt. Aber das geschah, nachdem er auf eine Geschichte angespielt hatte, in der Diddy angeblich hinter Tupacs Mord steckte. Heute möchte niemand, dass sein Name mit Diddy in Verbindung gebracht wird. Die Leute sehen ihn als schmutzig, abscheulich und eine Bedrohung für die Gesellschaft. Seine Karriere hängt am seidenen Faden und er könnte auf dem besten Weg sein, R. Kelly beizutreten, dem Rap-Superstar, der des Kidnappens, Drogenmissbrauchs und der Nötigung von Frauen zu sexuellen Handlungen beschuldigt wurde. Darüber hinaus soll Sean Colmes diese Taten mit Schusswaffen und Gewaltandrohungen begangen haben. Im März 2024 erhielt Diddy unerwünschten Besuch in seinem 61 Millionen Dollar teuren Zuhause in Beverly Hills. Allerdings war der Hitmaker von I'm Coming Home nicht zu Hause und hatte nicht vor, nach Hause zu kommen, wie er in seinem Song sagt. Die Polizei gab an, dass sie 1000 Flaschen Babyöl und Utensilien beschlagnahmten, die für das genutzt werden sollten, was Diddy einst Freak-Offs nannte. Am 17. September 2024 plädierte Sean Colmes auf nicht schuldig zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Dieser Fall kam nur ein Jahr, nachdem mehrere Frauen ihre Stimme erhoben und Klagen gegen den legendären Rapper eingereicht hatten. Alles begann mit seiner Ex-Freundin Cassandra Ventura, einer bekannten Sängerin und Model. Sie reichte am 16. November 2023 eine Klage gegen Puff Daddy ein. Mehr als ein Jahrzehnt lang war Cassie bei Diddys Plattenlabel unter Vertrag und war zu dieser Zeit auch seine Freundin. In der Klage, die Cassie gegen Diddy einreichte, erklärte sie, dass der legendäre Rapper seine Macht und Position ausgenutzt habe, um die Grundlage für eine koersiv, romantische und sexuelle Beziehung zu schaffen. Laut Cassie soll Diddy sie regelmäßig geschlagen haben, was Tritte und blaue Flecken zur Folge hatte. Manchmal blieb sie sogar blutend zurück. Ihre Schilderung von Diddys Gewalt war sehr anschaulich. Cassandra Ventura beschrieb außerdem die Freak-Offs, die Diddy in seinen prächtigen Häusern veranstaltete. Sie sagte, dass diese Partys immer verschiedene Substanzen beinhalteten und mehrere Tage dauerten. Diddy soll die anwesenden Frauen gezwungen haben, an Darbietungen teilzunehmen, die er auch für sein Vergnügen filmte. Cassie hörte dort nicht auf. Sie beschuldigte Puff auch, sie unangemessen behandelt und ohne ihre Erlaubnis in ihre Hose gelangt zu sein. Sie erklärte, dass die Freak-Offs von seinen loyalen Mitarbeitern beobachtet wurden, die die Szenen mit Freude verfolgten und nichts unternahmen, um sie zu stoppen. Ein Rapper namens Kid Coody versuchte einmal, Cassie Avancen zu machen, jedoch ließ Sean Combs das nicht zu. Laut Cassie zerstörte Diddy ein Auto des Rappers als deutliches Zeichen, dass er sich von Cassandra fernhalten sollte. Sean Combs wies alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe von Cassandra zurück und verklagte sie seinerseits wegen Erpressung. Dieser Fall wurde schließlich für eine nicht genannte Summe beigelegt, was Herrn Combs ermöglichte, seine Unschuld zu wahren. Die Klage von Cassie gegen Diddy war jedoch nur der Anfang weiterer Klagen. Nur Wochen nach der Einigung mit Cassie sah sich Diddy erneut mit ernsthaften Vorwürfen konfrontiert. Mehrere Frauen kamen vor, um weitere Klagen wegen sexueller Übergriffe einzureichen. Diese Klagen wurden zwischen November und Dezember 2023 eingereicht. Einige dieser Vorwürfe reichen bis ins Jahr 1991 zurück, als Diddy einer der größten Namen in der Hip-Hop-Branche war. Eine Frau reichte anonym eine Klage ein, in der sie behauptete, Diddy und ein anderer Mann hätten sie zu sexuellen Handlungen gezwungen. Diese Klage wurde gefolgt von einer weiteren Klage, die Joy Dickerson Neal im Jahr 1991 einreichte. Joy war damals College-Studentin und erklärte, dass Diddy ihr damals einige Substanzen gab, bevor er sich gewaltsam an ihr verging. Joy behauptete auch, dass Diddy alles gefilmt und ohne ihre Zustimmung mit seinen Freunden geteilt habe. Nach Joys Klage reichte eine andere Frau eine weitere Klage gegen den Mogul ein. Diese Frau namens Liza Garda erklärte, dass Diddy zusammen mit einem anderen Mann sich gewaltsam an ihr und ihrer Freundin vergangen habe, mehr als 30 Jahre zuvor. Es wird noch schlimmer, wenn sie sagt, dass Diddy das tat, als sie erst 16 Jahre alt war. Sie fügte hinzu, dass Puff sie so stark gewirkt habe, dass sie das Bewusstsein verlor. Alle diese Klagen gegen Diddy kamen kurz vor Ablauf des New Yorker Adult Survivors Act, das es den Opfern solcher Fälle vorübergehend ermöglichte, sich zu melden und Anklage zu erheben, selbst wenn die Frist bereits abgelaufen war. Nachdem die Verjährungsfrist abgelaufen war, wies Colms alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Sein Sprecher bezeichnete die Klagen gegen Diddy als reinen Geldgrab, was bedeutete, dass die Frauen, die sich mit den Vorwürfen meldeten, nur hinter Diddy's Geld her waren. Doch das war noch nicht das Ende. Im Dezember 2023 meldete sich eine weitere Frau und erhob ähnliche Vorwürfe gegen Puff Daddy. Diese Frau, die in den Gerichtsunterlagen als Jane Doe aufgeführt ist, behauptete, dass Diddy, Pierre, der ehemalige Präsident von Bad Boy Records, und ein weiterer Mann sich 2003 gegen sie zusammenschlossen und ihr ihre Unschuld raubten, als sie erst sieben Jahre alt war. Laut der Frau wurde ihr eine bestimmte Menge Alkohol und andere Substanzen gegeben, die sie bewusstlos machten. Sie fügte hinzu, dass sie mit solch starken Schmerzen zurückgelassen wurde, dass sie kaum stehen konnte, und sie konnte sich nicht einmal erinnern, wie sie an diesem Tag nach Hause kam. Diddy wies die Anschuldigungen zurück und erklärte, dass er nichts von dem getan habe, was ihm vorgeworfen wurde. Der ehemalige Präsident von Bad Boy Records sagte, Am 6. Dezember 2023 äußerte sich Puff Daddy auf Instagram zu den vielen Klagen, die gegen ihn eingereicht worden waren. In einem Beitrag schrieb er, Genug ist genug. In den letzten Wochen habe ich stillgesessen und beobachtet, wie Menschen versuchen, meinen Charakter zu verleumden und meinen Ruf sowie mein Erbe zu zerstören. Abscheuliche Anschuldigungen wurden gegen mich erhoben von Personen, die nach einem schnellen Geld suchen. Lassen Sie mich klarstellen. Ich habe nichts von den schrecklichen Dingen getan, die mir vorgeworfen werden. Ich werde für meinen Namen, meine Familie und die Wahrheit kämpfen. Zwei Monate nach seinem Instagram-Beitrag stand Diddy erneut aus den falschen Gründen im Rampenlicht. Der Besitzer von Bad Boy Records entpuppte sich als wahrer Bad Boy. Der Musikproduzent Rodney Jones Jr. trat mit ähnlichen Vorwürfen gegen Diddy an, die auch von anderen Frauen erhoben wurden. Im Februar 2024 erklärte Jones, dass Diddy unerwünschten sexuellen Kontakt mit ihm hatte und ihn zwang, Prostituierte zu engagieren und gegen seinen Willen mit ihnen zu verkehren. Rodney Jones Jr. gab ebenfalls an, dass Diddy versucht habe, ihn dazu zu bringen, homosexuelle Aktivitäten mit einem anderen Mann einzugehen. Laut Rodney behauptete Diddy, solche Handlungen seien in der Musikindustrie ganz normal. Diddys Anwalt, Shan Holley, erklärte, dass Jones nichts weiter als ein Lügner sei und fügte hinzu, dass seine Behauptungen reine Fiktion seien, die durch überwältigende, unbestreitbare Beweise widerlegt werden könnten. Diddy dachte, er hätte den Fall gewonnen und sein Name sei reingewaschen worden, doch was ihn erwartete, war etwas, das er nicht einfach abtun konnte, wie er es mit den anderen Fällen gemacht hatte. Diesmal stand er einem größeren Vorwurf gegenüber als je zuvor. Am 17. Mai 2024 wurde ein Video von Diddy veröffentlicht, das ihn zeigt, wie er Cassie schlägt. Das CCTV-Material zeigte Diddy, der sie im Flur eines Hotels in Los Angeles schlug. Der Vorfall in dem Video datiert auf das Jahr 2016. CNN strahlte das Material aus, das Diddy zeigt, wie er Cassie zu Boden stößt und sie mehrfach tritt, während sie am Boden liegt. Er versuchte auch, sie an ihrem Hemd über den Boden zu ziehen, bevor er einen Gegenstand nach ihr warf. Nachdem das Video im Internet zirkulierte, äußerten seine Superstar-Kollegen und Fans ihren Unmut und beschimpften ihn auf vielfältige Weise. Am folgenden Tag nahm Diddy einen kurzen Clip auf, in dem er sich für sein Verhalten entschuldigte. Darin sagte er, Später veröffentlichte Cassie eine Erklärung, in der sie hervorhob, wie die Gewalt in ihrem Leben durch Puff Daddy die Hölle für sie war. Cassie schrieb, Es hat mich zu jemandem gemacht, von dem ich nie dachte, dass ich so werden würde. Vier Tage, nachdem das Video im Internet die Runde gemacht hatte, hatte Diddy erneut schlaflose Nächte. Crystal McKinney, die sowohl Model als auch Schauspielerin ist, klagte Diddy in einem weiteren Fall an. Crystal gab an, dass Diddy sie einmal unter Drogen gesetzt und sie im Badezimmer eines Aufnahmestudios in New York City gezwungen habe, ihm Oralsex zu geben. Im Jahr 2023 würden seine schlaflosen Nächte noch schlimmer werden, als April Lambrou ihn zwei Tage nach Crystals Klage verklagte. April, die ihn im Mai verklagte, behauptete, dass Diddy sich in vier verschiedenen Situationen zwischen 1995 und 2000 gewaltsam an ihr vergangen habe. Laut April traf sie den Mogul 1994, als sie Studentin am Fashion Institute of Technology war. Sie hatten zunächst eine romantische Beziehung, die sich schnell in eine aggressive, koersive und missbräuchliche Beziehung verwandelte, die auf sexuellen Handlungen basierte. Sie behauptete sogar, der Rapper habe sie einmal gezwungen, Tabletten einzunehmen und mit seiner damaligen Freundin zu verkehren. Die Klagen gegen Diddy waren brutal und schadeten seinem Ruf. Es war klar, dass Diddy ein Raubtier war und eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellte. Im Juli 2024 reichte die ehemalige Pornodarstellerin Adria English eine Klage gegen Diddy aufgrund ähnlicher Vorwürfe ein, mit denen er konfrontiert war. Adria erklärte, dass Diddy sie von 2004 bis 2009 dazu brachte, bei seinen starbesetzten Partys, die er Freak-Offs nannte, sexuelle Handlungen auszuführen. Jonathan Davis, Diddys Anwalt, wies alle Vorwürfe zurück. Und Diddys Anwalt betont, dass sein Klient unschuldig sei. Es wurde eine Zeit lang still, bis zum 10. September 2024, als Diddy bei einer virtuellen Anhörung für eine Klage, die von Derek Lee Cardello-Smith eingereicht worden war, nicht erschien. Derek ist ein Insasse aus Michigan. Der behauptete, Puff Daddy habe ihn ohne seine Zustimmung dazu gebracht, eine Substanz zu konsumieren. Nachdem Derek aufgrund dieser Substanz schläfrig wurde, soll Diddy ihn ausgenutzt haben. All dies geschah 1997 auf einer Party in Detroit. Dass Diddy nicht zu der Gerichtsanhörung erschien, führte zu weiteren Problemen für ihn. Ein Versäumnisurteil wurde gegen Puff erlassen und er wurde angewiesen, Derek 100 Millionen Dollar zu zahlen. Dieses Urteil wurde später aufgehoben, nachdem Diddys Anwalt Berufung eingelegt hatte. Am Tag nach der Gerichtsanhörung geriet Diddy erneut aus den falschen Gründen in die Schlagzeilen. Dawn Richard, eine ehemalige Sängerin von Danity Kane, reichte eine Klage gegen Sean Combs ein. Die Klagen gegen ihn häuften sich und das Vertrauen der Menschen in den Besitzer von Bad Boy Records schwand. Dawn behauptete, Puff habe sie in der Vergangenheit mehrfach unangemessen berührt. Sie fügte hinzu, dass er unangebrachte Worte gegen sie verwendet und sie überarbeitet habe. Nach einer Reihe von Klagen gegen den Musiker wurde Diddy schließlich am 16. September 2024 verhaftet. Der Hip-Hop-Star wurde in einem Hotelzimmer in Manhattan nach einer Anklage durch eine große Jury festgenommen. Laut seinem Anwalt hatte Diddy mit der Polizei kooperiert und sich freiwillig nach New York begeben, um den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zuvor zu kommen. Sein Anwalt erklärte, Am Tag nach seiner Festnahme, dem 17. September 2024, erschien Diddy vor dem US-Bezirksgericht in New York. Bei seinem Gerichtstermin wurde er mit Erpressung, Sexhandel und Transport für die Ausübung von kommerzieller Sexarbeit in einer nicht versiegelten Anklageschrift belastet. Die Staatsanwaltschaft behauptete auch, er habe sich an Entführung, Bestechung, Zwangsarbeit und anderen Verbrechen beteiligt. Laut den Staatsanwälten war Diddy der Kopf eines kriminellen Unternehmens, das Frauen ausnutzte. Die Staatsanwälte erklärten, dass dieses kriminelle Unternehmen Gewaltandrohungen gegen die Frauen einsetzte und sie dazu zwang, an drogengetriebenen Orgies mit männlichen Sexarbeitern teilzunehmen. Sie fügten hinzu, dass die Freak-Offs elaboriert waren und sexuelle Aufführungen produzierten. Die Partys waren hoch organisiert und Diddys Mitarbeiter sollen kommerzielle Sexarbeiter rekrutiert und Hotelsuiten gebucht haben. Sie distribuierten auch Substanzen wie Kokain, Meth und Oxycodon. Diese Substanzen sollten die Gäste seiner Partys in sexuelle Handlungen zwingen und sie auch gehorsam gegenüber seinen Anweisungen halten. Diddys Mitarbeiter waren angeblich diejenigen, die die Reisen der Opfer zu den Freak-Offs organisierten und erleichterten. Sie organisierten auch und lieferten intravenöse Flüssigkeiten, die den Opfern halfen, sich von den Partys zu erholen, die mehrere Tage dauerten. Laut den Staatsanwälten filmte Diddy die Freak-Offs und nutzte das Videomaterial häufig, um das Schweigen seiner Opfer zu erkaufen. Mark Agnifilo, Diddys Anwalt, erklärte, dass Puff unschuldig sei und dass die Freak-Offs einvernehmlich waren. Mark fragte, ist das Sex? Nicht jeder will dort sein. Nach seiner Nichtschuldigkeitsaussage wurde Diddy von Gericht die Kaution verweigert. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass er versucht habe, die Untersuchung der Regierung in diesem Fall zu behindern, indem er mehrfach Kontakt zu seinen Opfern und Zeugen aufnahm. Er kontaktierte sie häufig, um ihnen falsche Narrative über die Ereignisse zu vermitteln. Seine Geschichte des Drogenmissbrauchs und seine Wutausbrüche waren die Gründe, warum der Richter entschied, dass Diddy bis zum Prozess inhaftiert bleiben sollte. Der Richter sagte, Meine Sorge ist, dass dies ein Verbrechen ist, das hinter verschlossenen Türen stattfindet. Seine Anwälte versuchten, die Entscheidung anzufechten und sagten, sie würden den Musiker unter die Aufsicht eines privaten Sicherheitsteams stellen. Andrew L. Carter Jr., der Richter an diesem Tag, erklärte, dass Puff selbst unter der Aufsicht des privaten Sicherheitsteams weiterhin seine Angestellten verwenden könnte, um Zeugen zu kontaktieren. Shea Combs, alias PuffDaddy, alias P. Diddy oder einfach Diddy, befindet sich derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, wo er auf seinen Prozess wartet. Aber was hat das alles mit Diddy und Janet Jackson zu tun? Um mehr darüber zu erfahren, müssen wir dorthin zurückgehen, wo alles begann. Die Verbindung zwischen Diddy und Janet Jackson begann beim Super Bowl 2004 im Reliance Stadium in Houston, Texas. Während der Halbzeitshow des Sportereignisses am 1. Februar 2004 traten Diddy, Nelly, Kid Rock, Justin Timberlake und Janet Jackson auf. Die Halbzeitshow sorgte für immense Kontroversen, als einer von Janet Jacksons Brüsten versehentlich von Timberlake entblößt wurde. Der Vorfall war so umstritten, dass sich die Leute hauptsächlich an das Janet-Jackson-Ereignis erinnerten und kaum etwas über Diddys Auftritt wussten. Diddy behauptete später, dass er, obwohl er auf derselben Bühne wie Janet Jackson auftrat, nicht so nah an der Musikerin war. In einem Interview mit Andy Cohen im Jahr 2015 sagte Diddy, dass er die Musikerin bewundere, aber nie ihre Telefonnummer bekommen habe, weshalb sie keinen Kontakt hielten. Jahre später, nach dem Super Bowl 2004, sprach Diddy über seine Gefühle zu dem, was in jener Nacht passiert war. Puff sagte, dass er immer noch wütend über das war, was Janet passiert war. Er war wütend, weil das, was passiert war, seinen Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls überschattete. Trotz all dem erklärte Diddy, dass es an der Zeit sei, die Vergangenheit ruhen zu lassen und voranzuschreiten. Als Diddy über den Vorfall sprach, hatte er immer noch nicht Janets Telefonnummer, aber im Laufe der Zeit gab es mehrere Vorfälle, die zeigten, dass Diddy und Janet Jackson sich näher gekommen waren. Durch diese Annäherung hatte Janet die Gelegenheit, mit Diddy in Kontakt zu treten und letztendlich würde sie ihn heftig kritisieren, nachdem er angeblich in zahlreiche sexuelle Vergehen verwickelt war. In letzter Zeit hatten Diddy und Janet Jackson zahlreiche Interaktionen. Eine dieser Interaktionen fand in einem Video statt, das Puff teilte. In dem Video sprach Diddy mit Janet, während er ihre Hand hielt, und sie küsste. Dies geschah hinter der Bühne bei den Billboard Music Awards 2022. Obwohl es schwierig war, zu hören, worüber Diddy und Janet sprachen, war klar, dass Diddy ihr zeigte, wie sehr er sie verehrte und dass er schon immer ein großer Fan von Janet war. Im Hintergrund des Clips konnte man Diddy hören, wie er Janet sagte, »Ich habe dich immer geliebt.« An diesem Abend trat Janet überraschend als Preisverleiherin auf und überreichte einen Preis an Mary J. Blige, die immer eine sehr enge Freundin von ihr war. Diddy moderierte die Show an diesem Abend und war auch der ausführende Produzent. Diddy und Mary J. Blige sind seit langem enge Freunde und es kursierten Gerüchte im Internet, dass Mary möglicherweise über Diddys Geheimnisse Bescheid wusste. So nah Mary auch Diddy stand, so eng war sie auch mit Janet Jackson verbunden. Die Beziehung zwischen Mary J. Blige, Janet Jackson und Diddy führte zu zahlreichen Spekulationen darüber, dass Janet Jackson über Diddys Privatleben informiert war. Einige behaupteten sogar, Mary J. Blige könnte ihr von Diddy erzählt haben. Doch all diese Gerüchte sind nicht bewiesen. Am 9. November 2023 besuchten Janet Jackson und Naomi Campbell Diddys 54. Geburtstagsfeier, die im Lavo-Restaurant in London stattfand. Seine Geburtstagsfeier war auch die Feier zur Veröffentlichung seines neuen Albums. An diesem Tag teilte Janet Jackson Fotos von der Geburtstagsfeier auf Instagram. Nachdem Cassie Diddy eines jahrelangen Musters von Gewalt und Sexualverbrechen beschuldigt hatte, wollten Janet Jackson und Naomi Campbell nichts mehr mit Diddy zu tun haben. Deshalb entschieden sie sich, die Fotos, die sie von Diddys Party auf Instagram geteilt hatten, zu löschen. Dies war auch bei vielen anderen Superstars der Fall, die nicht mit Diddy in Verbindung gebracht werden wollten, nachdem Cassandra Ventura ihn beschuldigt hatte. Es gab Spekulationen im Internet über Janets und Naomi Campbells Entscheidung, die Fotos zu entfernen. Einige Menschen waren der Meinung, sie hätten die Bilder gelöscht, weil sie nicht mit Diddy in Verbindung gebracht werden wollten, während andere vermuteten, sie hätten die Bilder entfernt, weil sie in das verwickelt waren, was Diddy tat. Es war unklar, ob sie in Diddys private Aktivitäten involviert waren, aber eines war sicher. Cassies Klage war der Wendepunkt für Janets und Naomis Beziehung zu Diddy. Naomi Campbell war zuvor in einem ähnlichen Fall wie der von Diddy verwickelt, nur dass es dabei um Epstein ging. Daher behaupteten viele, Naomi könnte eine Art Zuhälterin für Diddy gewesen sein. Diese Spekulationen entstanden, weil über die Jahre viele Frauen mit Diddy in Verbindung standen. Die Leute vermuteten, dass Diddy möglicherweise Hilfe benötigte, um diese Frauen zu gewinnen. Obwohl noch unklar ist, ob Naomi Campbell in Diddys Handlungen verwickelt war, wird die Wahrheit schließlich ans Licht kommen, während sich die Ereignisse seines Prozesses entfalten. Auch wenn unklar ist, ob Janet Jackson in Diddys Taten involviert war, gibt es Überlegungen, da ihr Bruder Michael Jackson ähnliche Vorwürfe wie Puff Daddy hatte. Viele Menschen denken über die Möglichkeit nach, dass sie in Diddys Verbrechen verwickelt sein könnte. Was Janet betrifft, so hat sie ihren verstorbenen Bruder immer verteidigt, vor und nach seinem Tod. Michael Jackson war zahlreichen Anschuldigungen ausgesetzt, die behaupteten, er sei in verschiedene Vergehen mit minderjährigen Jungen verwickelt gewesen. Er hat diese Anschuldigungen jedoch stets bestritten, und Janet stand immer hinter ihrem Bruder. Trotz Janets Verteidigung hat Michaels andere Schwester, Latoya Jackson, gesagt, dass die gegen ihren Bruder erhobenen Vorwürfe möglicherweise wahr sein könnten. Dies geschah, weil Michael oft mit den Jungen mehrere Tage in einem Raum blieb, ohne ihn zu verlassen. Michael wurde zuvor nachgesagt, in den Eppsteinfall verwickelt gewesen zu sein, nachdem Johanna Soberg, eine Zeugin im Eppsteinfall, Michael Jackson in ihrer Aussage erwähnte. Eine interessante Anmerkung ist, dass Mohammed, Michaels ehemaliger Sicherheitschef, später Sicherheitschef von P. Diddy wurde. Dies zeigt, dass es Verbindungen zwischen Michael und Diddy gab. Obwohl die Zahlen Janet Jackson nicht direkt mit Diddy verbinden, können wir noch nichts ausschließen, da Janets Bruder in einen ähnlichen Fall verwickelt war wie Diddy, während Janet sich entschied, ihren Bruder zu verteidigen. Latoya Jackson hingegen stellte sich für die Wahrheit auf. Wenn Janet die Wahrheit über ihren Bruder vor der Welt verborgen hat, könnte sie dann auch etwas über Diddy verheimlichen? Es ist verrückt, dass Janet Jackson ihre Fotos mit Diddy gelöscht hat, und die Menschen werden immer spekulieren, dass sie möglicherweise etwas weiß. Am 22. September 2024 löschte Ascher 7000 Fotos aus seinen sozialen Medien und Pink löschte 4000 Fotos aus ihren sozialen Medien. Diese Methode, Fotos zu löschen, sollte einfach aufhören. Ich meine, das Internet vergisst nie. Wir sehen uns jetzt wie wir.